So, da sind wir wieder und wir machen ja noch direkt gleich weiter mit dem Pottrennen. Ich glaube, ich könnte vielleicht sogar jetzt noch bis zum Ende der Woche die erste Episode vollständig schaffen. Na, mal sehen. Episode 1, die dunkle Bedrohung, Kapitel 4. Pottrennen auf Mos Espa. Königin Amidala und ihre Jedi-Beschützer fliehen von Nabu nach Coruscant, um dort den Galaktischen Senat über die Invasion der Handelsföderation zu informieren. Als jedoch der Hyperantrieb ihres Raumschiffs während ihrer waghalsigen Flucht beschädigt wird, müssen sie auf dem entlegenen Planeten Tatooine Not landen. Kann ich jetzt eigentlich auch überspringen, ich bin ja durch. Ich habe mir das damals nie durchgelesen, als ich Lego Star Wars gespielt hatte. Vor, ja, inzwischen schon fast 20 Jahren. 500 Scheine. Das Renni hier zum Beispiel, das war etwas, was ich damals nie geschafft habe. Des Frischen ist das natürlich was anderes. Das Rennen ist das natürlich was anderes. Der erste rote Stein. Oh, jetzt bin ich an dem. An dem hier Minikit vorbei. Meine Handy, halb da hab ich schon mal. die gerade noch erreicht hingeblieben ich habe gleich eingeholt das ist eine Bulwur naja, ob es so ist letzte Runde an das letzte komme ich nicht ran das war ja glaube ich hier oben ja, das ist da oben, da komme ich nicht ran brauche ich einen Thai-Jäger ich bin dick schon so weit in Führung schade, dass man hier nicht zurückschauen kann ja easy keine 5 Minuten habe ich für das Level gebraucht habe aber da viel mehr eingesammelt als in den letzten dreien davor freies Spiel freigeschaltet immerhin Paulstein-Detektor das sind doch glaube ich die roten erste Fahrzeug 200.000 Scheine geil wäre das gewesen, wenn ich es hinbekommen hätte 2222 2222 2222 jetzt habe ich es das wäre geil gewesen ja ich sollte vielleicht erwähnen wir haben es 21.20 Uhr und ich bin es nicht gerade gewohnt lange abends wach zu bleiben nun gut, aber wir machen jetzt erstmal weiter das würde dann hier eh die vorletzte Folge sein die ich heute noch aufnehme nun gut, erstmal weiter noch haben wir Zeit war ja ein kurzes Level Episode 1 die dunkle Bedrohung Kapitel 5 Eroberung des Palastes auf Coruscant erkennt Königin Amidala, dass der Senat von der Handelsföderation korrumpiert ist und sich hinter seiner eigenen Bürokratie versteckt enttäuscht kehrt sie nach Naboo zurück mit Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Knobi, Captain Panaka, dem Astromech, Droiden, R2D2 und Anakin Skywalker dem jungen Portraiser von Tatooine plant Amidala nun die Rückeroberung des Königspalastes und die Gefangennahme des Vizekönigs der Handelsföderation das ist Zeug was hier im Level gar nicht vorkommt besonders Coruscant hat man ja nicht einmal gesehen der Vizekönig wird auch nie einmal gezeigt im Spiel also so 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 ich hoffe doch sehr dass diese Musik während den Vision Sequenzen im Hintergrund nicht dafür sorgt dass hier in den Videos Werbung geschaltet wird das einzige wodurch ich das vielleicht schaffen könnte wäre wenn ich zwischendurch halt drüber rede damit man das eben nicht hört die äh ja was mir jetzt noch einfällt das Level wird es auch etwas dauern das weiß ich noch selbst wenn ich jetzt nicht alles einsammeln würde wird es dennoch etwas dauern bis ich hier durch bin zack ok das ist von alle mit der Kugel konnte ich das wenigstens alles einsammeln so wer will was von mir ich habe gar mal einen von 4.000 gut hier schaue ich mich jetzt erstmal nicht um weil wie gesagt dieses Level ist ja wirklich sehr lang ich glaube das haben die einfach gemacht weil das vorherige Level ja relativ kurz war ich meine gerade durch die Aufnahme konnte ich es ja ganz gut sehen dass ich nicht mal 5 Minuten benötigt habe bis ich durch war so 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 ja bevor ich die Türen öffne denn ich weiß ja dass Gegner dahinter sind hier noch ein bisschen was einsammeln lohnt sich auf jeden Fall was ich im übrigen denjenigen sagen kann die jetzt vielleicht sogar das Video nur so teilweise schauen also immer so ein paar Sekunden vorspringen das mache ich nämlich auch manchmal dass man sich dass man einfach mal bei den Videos Geduld haben sollte ich meine dass irgendwas interessantes passieren würde darauf also man muss soll sich einfach mal die Zeit nehmen solche Videos sich wirklich mal vollständig wieder anzusehen muss ich auch mal wieder machen weil ich das wie gesagt auch schon lange nicht mehr richtig gemacht habe nur bei manchen aber einige da überspringe ich wirklich immer so 10 Sekunden ist durch diese Fenster kriegt man wirklich noch relativ viel zusammen wenn man die kaputt macht ich glaube die das obere Stück vom Fenster kann man auch noch kaputt machen aber da komme ich als wir die nicht ran doch ich glaube ich hätte nicht so viel essen dürfen bevor ich hier äh also so später am Abend noch die ganze Zeit nur rumrülpsen bei fast 20.000 mal sehen was hier oben ist das weiß ich nämlich tatsächlich gerade nicht mehr ach nur ein bisschen Geld da oben ist ein blauer ne violetter warte mal das glaube ich ein violetter ja es ist ein violetter also ich würde jetzt schon fast sagen es gibt in mindestens jeden Level einen violetten könnte ich jetzt natürlich auch nicht wirklich spüren aber aber ich vermute es jedenfalls so da kann ich erstmal wieder schön was zusammenbauen ja hier brauche ich eigentlich gar nicht aber ich höre sie schon hier kann ich sowieso nur hin wenn ich die dunkle äh jemanden habe der die dunkle macht dunkle Seite der Macht nutzt ja brauche ich nicht hinzugehen na h2p2 brauche ich mhm 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 so alles angesammelt gibt es teilweise wirklich große stellen in dem level deswegen dauert es auch so lange besonders auch die gegneranzahl stört auch ein bisschen wer schießt auf mich auch der was hier habe ich gar nicht gesehen ich habe mir auf die schüsse geachtet die von oben kam ich glaube aniken ist gerade gestorben hat sich jedenfalls angehört bekommen die ach so ja hier sind diese haken ich bringe nicht so viele braucht die jetzt nicht unbedingt alle zu zerstören die laufen geld rum ach da komme ich nicht rauf einfach mal während das hier gezeigt wird das kaputt gemacht das erste mal dass ich zugangslücke benutze während ich aufnehmen und wir gehen weiter es ist nicht mehr weit ich muss jetzt nur mal schnell ein bisschen noch was machen denn die anderen würden jetzt wenn ich das nicht mache wohl nicht hier hoch kommen jetzt kann ich tatsächlich nur so ich muss mich auch noch das hier zusammensetzen das kaputt machen hier gab es doch irgendwas noch so das ist für r2 d2 das ist für die mit kletterhaken aniken ist hier noch und hier hinten komme ich hoch so da würde ich aber sagen sie mal erstmal wieder für heute am ende angelangt und wir sehen uns in der nächsten folge von lego star wars wieder bis dahin tschüss so